Ja, das wäre gut, wenn jetzt die Zeugen... Weil die Dame die Stadt Lühen auch schon verklagt hat. Ich habe die Stadt Lühen nicht verklagt. Das ist nicht wahr. Das wäre schlecht, wenn da jemand vorbei ist. Das wäre gut. Und würden Sie bitte so lange draußen bleiben? Ja, mein Name ist Stolz. Ja, komm, du mein Telefon. Danke Ihnen. Ja, aber Sie können bitte draußen bleiben, ja? Sie kommen gleich. Okay. Würden Sie bitte nach draußen gehen? Ich sage... Ich mache die Tür gleich wieder... Sie haben die ja aufgebrochen. Okay, dann kann ich... Sie kommen jetzt nur, weil ich Sie darum gebeten habe. Wenn Sie... Oh, doch, vorhin war ich jetzt vor Ihnen auf die Knie jetzt, ne? Für Sie werden die jetzt nicht gekommen. Ja, ich weiß. Ich weiß, was hier in diesem Land los ist. Ja. Aber wir können das Ganze ja noch abgürzen, wenn Sie vielleicht 75,75 Euro, zwei Sätze sind bezahlen. Dann gehen wir wieder weg. Ich habe keinen Fernseher und ich zahle keine GEZ-Gebühren. Gut. Und Sie müssen, bevor Sie hier in die Wohnung kommen, müssen Sie mir ja ein Schreiben geschickt haben, ne? Sie müssen sich doch irgendwie anmelden, oder nicht? Nö. Ach, boah, ist das nicht mehr nötig? Ich diskutiere mit Ihnen über den Vorgang nicht. Es ist Ihnen alles lang und breit bekannt. So wie mir. Also, ich gehe davon aus, bevor ein Gerichtsvorzieher hier eine Wohnung aufbricht, muss hier irgendein Schreiben erfolgen, ein Schriftwechsel erfolgen. Jetzt nicht so ahnungslos tun, oder? Ja, oder nicht? Ich habe da einen ganzen Sermus hier vorliegen. Was für einen Sermus haben Sie denn da vorliegen? Ja, Sie wissen genau, wovon ich rede. Wir beide hatten ja schon schriftlich das Vermögen, internettechnisch das Vermögen. Ja. Also, Sie können mir nicht erzählen, Sie wissen nicht, warum wir hier sind. Ja, aber Sie müssen sich doch hier anmelden, oder nicht? Ja, wir sind doch jetzt hier. Ach ja, es ist schön, ne? Finden Sie sich cool dabei, hier eine Frau zu überfallen? Überfallen Sie nicht, Frau Timmer. Ich arbeite nach Recht und Gesetz. Ja, natürlich. Im Übrigen, die Polizisten, die jetzt kommen, die gehören ja zu dem Rechtsstaat, den Sie gar nicht anerkennen. Eigentlich dürfen Sie ja gar nicht grüßen, oder? Ich brauche aber Zeugen. Ja, dann. Haben Sie aber Glück, dass die Frau nicht kommt? Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, warum Sie das jetzt hier so gemacht haben. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet hätten, dann hätten hier ein paar Leute vor der Tür gestanden. Dann hätte ich das trotzdem gemacht. Ja, ich weiß. Aber dann hätten wir schöne Zeug gehabt. Wofür? Dann hätten wir ein paar Aufmerksamkeit. Wie können wir ja Nachbarn rufen, oder dann werden wir... Nein, nein, ich habe schon alles, was ich brauche. Dann ist ja gut. Also anscheinend scheint Ihnen so etwas Spaß zu machen. Weißt du, ich gucke die Decke an, darf ich das nicht? Ja, klar. Darf man das noch niemals in Deutschland, oder was? Ja, natürlich. Sie können ja so lange nach draußen gehen. Und Sie bitte auch. Sie haben ja gleich die Polizei dabei. Dann können Sie die bitte nochmal aufbrechen. Ich habe den Ziemensverschluss. Sie haben doch gehört, was das heißt. Sie steht es doch drin. Die Erlaubnis gilt und so weiter. Bei der Besuchung ist es im Vollstreckungsorgane angestattet. Welchen Vollstreckungsorgane? Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis? Ich gebe Ihnen meinen Ausweis überhaupt nicht. Ich kann Ihnen den vorzeigen. Ja, dann bitte zeigen Sie mir den mal vor. Ja, gerne. Darf ich da auch reingucken? Nein, ich gebe Ihnen nicht aus der Hand. Name? Dienstausweis. Bürgermeister. Das ist ein Dienstausweis. Wo ist der? So. Den anderen Ausweis brauche ich Ihnen nicht zeigen. Also Sie können hier meine Tür aufbrechen. Ich bin ja die als Privatperson. Ich bin ja die als Dienstperson. Wissen Sie, ich stand hier gerade unter der Dusche. Ja. Und Sie brechen hier meine Tür auf? Ja, Sie waren da hinzumachen. Ich war unter der Dusche, als Sie angeklingelt haben. Also noch haben wir Sie ja nicht aufgebrochen. Das ist ja alles im Takt, so wie ich das hier sehe. Ja, wie sind Sie denn hier reingekommen bitte? Habe ich die Tür aufgemacht? Ja, wir sind vom Fach. Ach, Sie sind vom Fach. Ja, ist ja super. Dass Sie sich für sowas hergeben lassen hier. Ja, so verdienen Sie mein Geld. Ja, das ist das. Was? Klar. So verdienen Sie Ihr Geld. Können Sie stolz drauf sein? Ja, sicher. Da auf dem Land gerade befinden Sie sich. Ja, also. Okay. Ja, ich weiß, was Sie für ein netter Mensch sind. Das sieht man ja hier. So wie Sie Ihr Geld nicht verdienen. Darf ich mal fragen, welcher Dichter hier unterschrieben hat? Können Sie mir das zeigen? Nein, Sie haben ja den Durchschrift bekommen. Ja, ich sehe das ja hier. Hier steht aber Justizsekretärin. Das ist hier unterschrieben. Wo steht hier der Richter? Blittern Sie doch mal. Ja, wo ist die Unterschrift hier eines Richters? Blittern Sie doch bitte mal. Da steht doch, welcher Richter das ausgefertigt hat. Ja, aber ich brauche eine Unterschrift von dem. Ja, ja. Wie sieht man Ihre Unterschrift? Oh, da steht das B****, wenn man das gemacht hat. Also, Dr. F****, Richter am Amtsgericht hat das B****, steht. Ja, das weiß ich ja nicht. Das steht hier nicht. Hier steht nur Dr. F**** und hier ist keine Unterschrift zu sehen. Ja, da ist da keine. Das steht einer. Das ist nicht hier. Meine Schelle hört sich anders an. Sie wollen doch hier nicht für meine Nachbarn die Tür öffnen, oder? Außerdem ist das immer noch meine Wohnung. Da auf dem Dachboden können Sie nichts ringen. Achso. Ich sage Ihnen nochmal. Keine Bilder, auch keine Gespräche aufzeichnen, bitte. Wenn Sie was anhaben, machen Sie es bitte aus, bevor ich jetzt rein gehe und das ausmache. Ich möchte nicht, dass ich hier aufgenommen werde. Letzte Chance für Sie. Ich habe hier nichts an. Gut, dann darf ich ja sicherlich mal gucken, ob Sie in einem Turm anliegen haben. Sie warten doch bitte, bis die Türmezentren kommt. Ich habe die Besuchungsbeschrift. Ich muss gar nicht warten. Passt Sie bitte auf meine Tasche auf. Machen Sie bitte einmal, sagen Sie mir, ob Sie mal Gespräche aufschneiden. Oder sonstiges. Das ist nur mein Internet, das geht Sie nichts an. Und wenn ich hier eine Kamera versteckt hätte, dann würden Sie die nicht finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich betrug es gleich auch noch. Das kennen Sie nicht, ne? Es dauert wohl noch ein bisschen. Wenn Sie decken müssen, lassen Sie sich nicht aufhalten. Nein, danke. Ich warte noch. Sie können mir den Verdienstausweis schon bezahlen. Jetzt können Sie Ihre Handschuhe wieder anziehen. Genau. Sie können sich doch gut ausrufen, oder nicht? Dankeschön. Benötigt Begleitschutz. Diese Herren möchten wegen GEZ-Gebühren... Und das möchte ich bitte, dass Sie das unterlassen. Es geht hier um... Ich zeige Ihnen jetzt mal ein E-Source. Das ist der Regierungsbeschluss von Amstreich. Es geht um GEZ-Beitrags-Service. Aber Sie haben ja hier einen Beschluss, dass Sie rein dürfen. Diskutieren Sie bitte nicht mit der Dame. Das haben Sie... Ja, müssen wir ja. Nö? Ich habe Sie jetzt überrufen, weil ich liebe meine Zeugen dabei habe. Na, die Dame hat das ganz gerne alles im Internet danach veröffentlicht. Mit Namen und so weiter. Das werde ich auf jeden Fall tun. Können Sie schon mal drauf einstellen, dass Sie auch drin stehen. Nehmen Sie schon mal hier bei ihr, oder wie? Ja, aber... Wegen Beitrags-Service. Aber es müsste doch so sein, bevor die hier meine Wohnung aufbrechen, ich stand unter der Dusche, dass man vielleicht eine Ankündigung bekommt, oder nicht? Oder wie das... Aber dann diskutieren Sie jetzt nicht die Voraussetzungen für einen Durchsuchungsbeschluss. Wissen Sie mal, wann kann ich einer reinkommen und in den Sprechen? Ja, sehr schön. So, lassen wir mich mal durch. Und würden Sie mal dann die Tür mal zu machen? Ja, ich kann ja mit der Aufreise. So, also, der Herr ist der Gerichtskorzieher. Genau. Lassen Sie mich in den Postkurs. Sie haben angeblich keine GEZ-Gebühren gezahlt. Die habe ich nicht bezahlt und ich verweigere die auf, ich möchte die nicht bezahlen. So. Es ist nun mal so, hier in Deutschland, dass man GEZ-Gebühren zahlen muss. Das müssen wir, wie wir fertig sind. Warten Sie bitte. Ich möchte gerne wissen, was die Menschen da machen. Nee, die dürfen das. Ich habe sie gebeten, sie können das bezahlen. Die dürfen das, sie können es entweder bezahlen oder die fänden. 375 Euro habe ich Ihnen jetzt schon dreimal angeboten. Dann sind wir wieder weg. Ich bezahle das. 375 Euro, 275 Euro. Ja, dann werden die Leute hier was fänden müssen. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ja, das werden wir ja sehen. Ich mache jetzt mal Ihre Tasche auf und dann gucken wir mal, ob da Geld drin ist. Also er darf das, er ist da, Sie selbst jetzt so befugt, das zu dürfen. Und wenn Sie keine GEZ-Gebühren zahlen, warum Sie die Deutschen anmachen? Nein, ich bezahle die aus. Keinen Fall. Ja, dann ist das nun mal die Folge davon. Ach so. Ja. Jeder muss in Deutschland GEZ-Gebühren zahlen. Bitte lassen Sie mir wenigstens meine Ausweise hier. Das ist kein Geld drin. Ich bin ein armer Mensch, ich habe kein Geld. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen, ja? Lassen Sie meine Sachen da hin. Sie brauchen da nicht alles rausholen. Ich habe keine Wertsachen. Ja. Schauen wir uns an, weil... Ja. Die ist kaputt. Das ist meine Uhr, die brauche ich. Wollt ihr mal einen Ausweis für mich? Wozu? Ich möchte Ihnen wissen, ob Sie Frau von *** sind oder nicht. Ja, ich bin Frau von ***. Das kann ich ja anhand des Ausweises dann feststellen. Ja, das... Wo ist der denn? Die sind für das Portemonnaie? Das wird doch Ihr... Dieser Mensch hier schon finden. Ja. Der kann das doch machen für Sie. Wo ist denn Ihr Portemonnaie? Ja, da war ich doch nicht, aber ich habe keine Figur für Sie. Ja, Sie sind doch nicht, ich habe keine Figur. So, wo ist jetzt Ihr Ausweis, Frau von ***? Ja, haben Sie doch gerade noch gesagt, dass er ein Portemonnaie ist. Also hier drin. Ich... So können Sie jetzt hier auch in meinen Sachen rum. Nein, ich möchte nur Ihren Ausweis sehen. Wo ist der Ausweis? Haben Sie jetzt alles gefunden, was Sie brauchen? Ich bin doch gar nicht fertig, wir haben ja gar nicht angefangen. Achso, wollen Sie jetzt hier alles in den anderen nehmen? Wir werden jetzt... Das ist so, ich suche mal, ich suche mal. Ich gucke mal. Ich sage, Sie sind ja so rechtsverwandert, Sie sagen, das wissen... Bringen Sie bitte meine Papiere nicht durcheinander, das haben Sie doch gerade gegeben. Ja, aber ich gucke mal, ob hier noch irgendwas... Das... Fendungsrelevantes, lassen Sie das bitte sein. Fendungsrelevantes, hier richtig irgendwas finden von Ihnen. Bringen Sie meine Papiere nicht durcheinander. Die können das hier gerne... Kollege, die Handtasche hast du schon durchsucht? Ja, die Handtasche habe ich schon durchsucht, da war nichts, wenn da was drin. Das sind Noten für meine Schüler, da werden Sie auch nichts finden. Ich hoffe jetzt, den Computer brauche ich, oder können Sie den mitnehmen, das ist... Das ist ja unser ganzer Schriftverkehr hier vor... Ja, den wollen Sie doch wohl nicht mitnehmen. Sie wollen mir jetzt aber nicht erzählen, Sie wissen nicht, warum ich hier bin, ne? Ja, aber Sie wollen doch wohl nicht diesen Schriftverkehr mitnehmen, ne? Nö, nö. Ja, das würde ich Ihnen auch nicht raten. Oh, was Sie mir so raten oder nicht... Was ist denn eigentlich... Wo ist denn die Ausweis? Wir möchten jetzt gerne einen Ausweis haben. Sie haben doch vorhin gesagt, Sie haben einen Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Einen Reisekraft. Das habe ich auch nicht. Ich denke mal, die Leute, ich denke mal, die Leute hier werden was... Das ist Mähzeug. Haben Sie gerade einen Ausweis gefunden von ihr? Nein. Jetzt beteiligen Sie sich hier auch noch an der Suche, ne? Ne, wir haben Sie auch gefordert, Ihren Ausweis auszurücken und das müssen Sie... Ich habe Sie hier geholt, damit Sie mir helfen. Ja, das können wir ja, wenn Sie das Ganze bezahlen. Das ist nichts für Sie. Schreiben Sie bitte nicht meinen Namen ins Internet. Ihr beide sind noch vorgerichtet, Sie wissen Bescheid. Ihr Name steht doch schon im Internet. Ja, Sie besprechen uns auch nochmal. Ja, das macht... Die Oberstaatserwaltschaft hat schon Beschwerde bekommen. Ach ja. Machen Sie sich keine Sorgen vor... Das ist noch nicht ganz ausgestanden für Sie. Also den Drucker können Sie gerne mitnehmen, der ist kaputt. So. Die anderen Zimmer habt ihr alle Gerichten. Ja, da können Sie sich auch gerne einmal ins Schlagzimmer verbreiten, bitte. Wir werden Sie nichts Wertvolles finden. Ich bin ein Aufstocker, ich bin ein armer Mensch. Sie können auch meine Einbauküche abbauen, wenn Sie möchten. Das sind so lehntes Mittel. Ich bin ein Armer, ich bin ein Armer, ich bin ein Armer. Ja, der Kugelmann. Ich werde den Schlüssel lassen. Da war schon jemand. Wir haben gerade eine Wohnung gesucht. Den Schlüssel gebe ich gleich bei der Polizei. Da können Sie den Kugelmann. 8.15 Uhr. Also Sie Ihre Schulden nicht bezahlen. Sollten Sie besser wissen, wie nicht. Ich habe eine Frage nach dem Kugelmann. Ich habe eine ganz wichtige Vorsprache, dass Sie hier so behandelt werden. Es ist immerhin besetzt in Deutschland, dass man GEZ-GW bezahlen muss. Das muss man akzeptieren, wenn man hier leben möchte. Ja, dann sehen Sie ja, was da passiert. Ja, natürlich. Da bin ich von uns immer. Ja, okay. Tschüss. Es sind ganz viele, die das nicht bezahlen haben. Ja, ich weiß. Ja, und was halten Sie davon? Was sagen Sie? Die machen ihren Job und das ist egal. Ich hatte sogar gerade Schwierigkeiten, hier überhaupt jemanden von Ihnen nach mir zu kriegen. Erstmal geht da keiner am Telefon und ja, das ist doch. Die können hier einfach rein und meine Wohnung... Ja, hier blinken Sie nicht. Hier ist etwas an Bankdaten. Sie sagten, Sie stoppen auf. Ja, ich denke mal, Sie wissen alles über mich. Sie können doch heute alles über mich einsehen. Haben Sie Zeit, sich mit mir für das Protokoll hinzusetzen? Oder soll ich das alleine schreiben? Oder würden Sie mir per persönlichen Daten noch verantworten? Ich beantworte Ihnen keine Versöhnung da. Das ist nicht konkret, was Sie wollen. Aber schicken Sie mir bitte. Können Sie das nicht drauschen machen? Nö. Müssen Sie sich noch da an meinen Küchentisch setzen? Und Ihre dreckigen Handschuhe da auf meinen Tisch legen, dass mir schlecht wird? Wie viele Wohnungen haben Sie denn schon gesucht heute? Dann würden wir hier jetzt keine Kornlitz. Also hier werden Sie nichts wertvolles finden. Haben Sie jetzt irgendwas mitgenommen von mir? Da sehen Sie sich noch was. Ja, ich weiß noch nicht. Wenn der Kollege hat sich jetzt noch eingeladen, das Protokoll mitzuschreiben, dann wird er Ihnen ein paar Fragen stellen. Nein, ich beantworte Ihnen keine Fragen. Ich beantworte Ihnen keine Fragen. Dann fuhre ich das jetzt für Sie an. Okay. Na gut. Würden Sie dann schon mal rausgehen? Die beiden bleiben hier bitte drin. Das sind auch meine Zeugen. Ah ja. Ja, weil ich weiß, dass wir wieder Nachspiel haben. Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Sie glauben doch wohl nicht, dass wir uns das gefallen lassen. Wer ist denn hier? Frau B***er. Wir sind eine ganze Menge. Ach so. Ja. Brauchen Sie mir schon wieder drohen? Nächstes Mal. Also Sie brechen in meine Wohnung ein. Brechen Sie meine Tür auf. Ich sage Ihnen, dass meine Freundschaft steht. Sollten Sie noch einmal meinen Namen im Internet oder irgendwas von mir veröffentlicht, steht irgendeiner von Ihnen oder Ihren Kumparen vor meiner Haustür? Ich sage Ihnen das nur vorher. Wissen Sie was? Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Sie können auch noch zehnmal von meiner Haustür stehen. Macht mir nichts aus. Gut. Sie können hier immer wieder kommen. Und Sie können sich die GZ-Gebühne hier jeden Monat neu reinholen. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ja. Wollen Sie mal eine Nähmaschine mitnehmen? Könnte ein Tonbandgerät eingebaut sein. Bestimmt. Ja. Sie haben nicht richtig geguckt. Gucken Sie doch mal nach. Hier ist bestimmt eine Kamera. Bestimmt. Sie haben ja schon fleißig im Internet geschrieben, dass wir bei Ihnen stehen. Ja, habe ich schon. Mhm. Schaut der Lacks. Sind Sie hier vorne? Ja. Ja, ist die. Lkw. Fühlt Sie doch ruhig irgendwas aus. Ja, ja, ich bin dabei. Ja, ja. Darf ich denn Ihren Namen auch wissen? Oder ist das so erzeugend für mich? Was wollen wir denn befolgen? Ja, weiß ich ja nicht. Sind wir? Eben. Ist ja nichts passiert. Und die Kollegen auch in der Lepa? Ja, wissen Sie. Sie können ja hier in Deutschland machen, was Sie wollen mit den Menschen. Wo ist denn hier in Deutschland? Darüber möchte ich mit Ihnen diskutieren. Ja, lasse doch. Und übrigens, alles was in meiner Wohnung passiert, darf ich ja veröffentlichen. Ich habe ein Hausrecht. Ja. Also darf ich hier alles veröffentlichen, nur das werde ich auch tun. Und Ihren Namen werden Sie mir natürlich auch nicht sagen. Sie stehen hier in meiner Wohnung und... Warum? Wolle ich das jetzt nur. Ist das gut so? Ist das für Sie richtig? Dass Sie in meinem Wohnung eingreifen haben, hat Ihnen nichts getan. Habe Ihnen echt irgendwas getan? Das war nichts zur Sache. Frau T***er, wir tun Ihnen doch auch nichts. Ach. Sie tun mir nichts. Was ist das denn hier? Diese Kernfrage, die haben wir gerade schon an der Tür, bevor wir angekommen sind. Oder als wir angekommen sind, beantwortet, dass wir... Aber wie sind Sie denn hier in diesem... Das hat Ihnen der Kollege gerade auch erzählt. Gehen Sie mal tief um sich. Der hat Ihnen gerade gesagt, warum mein Kollege und ich jetzt hier spielen. Ja, ich bin ein bisschen nervös, so mir leid. Ja, es ist... Sind Sie da bald fertig mit Ihrem Ausfüllen? Gut, den braucht Weile. Ja, dass Sie was Gutes machen, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir ganz gewiss nicht vorstellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie im weiteren Verfahren mitwirken müssen von... Wir gehen gemäß § 283, 288 Strafgesetzbuch. Muss ich mitwirken? Ja. Inwiefern jetzt? Wir können Ihre Steuerdaten ermitteln lassen. Ja, ich weiß, dass Sie alles von mir ermitteln lassen. Das ist mir klar. Besonders die Fragen wollen Sie mir nicht beantworten. Nein. Was ermitteln Sie denn noch so von mir? Herr St... Wegen dieser Vollstreckungsbehandlung können Sie Widerspruch einlegen? Ich lege keinen Widerspruch einlegen. Oder beim Verhaltungsgericht in Werselkirchen eine Klage? 1347 für Union. Hat leider keine aufschiebende Wirkung. Ja, schon klar. Protokoll wollen Sie ja auch nicht. Das sagen Sie... Sie haben ja kein Interesse. Sie wollen nicht klicken, Sie wollen nicht unterschreiben. Nein, ich unterschreibe nicht. Das Nachfolge steht noch neben Ihrem Zwang, er ist aber nicht dabei. Bekomme ich denn irgendein Schreiben, jetzt ein Schriftstück von Ihnen, so eine Zahlungsaufforderung oder irgendwas sowas? Haben Sie alle schon bekommen. Ich glaube vier oder fünf. Ja, aber dass Sie jetzt hier in meine Wohnung eingedrungen sind... Sie haben den Durchdrufungsbeschluss. Sie können sich bei der Richterin im Amtsgericht beschweren, weil das sind nur die ausführenden Personen. Sie haben das ja nicht gemacht. Wir müssen das ausführen. Aber Sie haben sehr viel Spaß dabei, habe ich so den Eindruck. Wenn Sie sich doch mal eine Erhöhung anstellen, bitte. Ja, ist klar. Ja, versuchen Sie doch mal da eben, beim Amtsgericht, bei der Richterin. Ich werde den Namen Rechtsauskunft darüber geben. Rechtsauskunft. Ich werde nichts weiter dazu sagen. Okay. 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 So, dann erkläre ich hiermit die Vollstreckungshandlung für beendet. Ich mache Sie allerdings auch aufmerksam, dass Sie noch von der Gerichtsvollzieherin, wahrscheinlich Frau Schultz, noch mal zur Abgabe der Vermögensauskunft beim Amtsgericht hier vorgeladen werden. Weil Sie da nicht erscheinen mit Haftbefehl auch. Gut. Damit Sie schon mal Bescheid wissen. Ja, da war ich Bescheid. Dann können Sie mich ja sofort abholen, ne? Ich werde mich bei unserem Bürgermeister herrscht bedeutend. Ja, das mache ich auch. Tschüss. Schönen Tag.